Musik Musik Was möglich sein kann, ist, dass man versucht, gemeinsam im Gespräch die Lage der Leute im Land zu verbessern. Und ich glaube, das ist durchaus auch im Interesse der humanitären Tradition der Schweiz. Wie stehen Sie zu den Gesprächen mit der Taliban in der Schweiz? Wenn man Hilfsgelder deblockiert und Organisationen im Land unterstützt, bedeutet das nicht, dass die Repression gegen die Menschen und insbesondere gegen Frauen und Mädchen dann verbessert wird oder aufgehoben wird. Die Menschen, die hier in Genève sind, sind die Menschen, die durch den Krieg in Kaboul wurden. Und wir hoffen, dass sie die Möglichkeit haben, im Rückblick, alles, was man muss machen, in der Schweiz. Und wir hoffen, dass die Menschen in Afganistin und die Menschen, die in Afganistin sind. Musik Es ist auf keinen Fall eine Anerkennung der Regime vom Taliban. Es ist eine Diskussion, die auf technischem Ebene... Musik Le fait qu'ils soient en conversation avec nous ne change absolument rien à leur statut international ni à leur statut juridique dans le pays dans lequel ils combattent. En revanche, ce qui peut les légitimiser, c'est s'ils respectent les conventions internationales et le droit international humanitaire auxquels ils sont soumis dès qu'ils se sont soulevés en armes.